Wenn man so zwischen 15-20% liegt, kann man sagen 1-2 mal im Monat und alles was drüber geht, einmal im Monat reicht da eigentlich aus. Also umso höher der KFA ist, desto weniger häufig braucht man eigentlich Refeeds. Servus meine Freunde und herzlich willkommen hier auf dem IQ's Kitchen Kanal. Mein Name ist Karine und heute möchte ich einen kleinen Refeed Guide für euch hier festhalten. Ihr habt das ganz ganz häufig nachgefragt, auch als Reaktion zu meinen IGTV Videos, wo ich euch vorstelle, wie man mit unterschiedlichen Methoden seinen Kalorienbedarf ermitteln kann, auch wie man seine Makronährstoffe verteilen sollte, ob man jetzt eine Diät- oder Muskelaufbau macht, verlinke ich euch gerne in den Kommentaren. Wer mir noch nicht folgt auf Instagram, der sollte das auf jeden Fall tun, weil da gibt es auf jeden Fall auch nochmal sehr coolen, exklusiven Content. Ja und heute ein Refeed Guide und wir fangen einfach mal damit an zu unterscheiden, was ist denn ein Refeed und wo liegt der Unterschied zu einem Cheat Day. Denn auch das wird sehr sehr häufig nachgefragt und es gibt ja immer ganz viele Programme, die propagieren, dass so ein Cheat Day eine signifikante Funktion hat oder einen Effekt hat auf die Gewichtsabnahme, dass es das wirklich unterstützen, fördern würde. Da muss man aber ganz klar sagen, das ist so einfach nicht wahr. Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt die Träume von ganz vielen Leuten da draußen zerplatzen lasse, aber ein Cheat Day hat keinen wirklichen sinnvollen Effekt, sondern dient einzig und allein eigentlich der Psyche, wohingegen ein Refeed Day tatsächlich auch einen Effekt hat für die weitere Gewichtsabnahme. Also das heißt, es geht darum wirklich die Diät auch zu unterstützen. Ob das jetzt die Trainingsleistung ist, ob das die eigentliche Gewichtsabnahme ist und vor allen Dingen aber auch, dass man hormonelle Anpassungsreaktionen dadurch wieder rückgängig macht beziehungsweise auf einen normalen Niveau hebt. Und gerade diese hormonellen Anpassungsreaktionen sind eben so so wichtig und wenn wir da über Hormone sprechen, dann vor allen Dingen auch über die Schilddrüsenhormone und auch über Leptin. Das sind so die beiden zentralen Hormone, die man an der Stelle eigentlich erwähnen kann, wenn es um ein Refeed geht und den Effekt auf diese Hormone. Denn Leptin zum Beispiel ist ein sehr, sehr zentrales Steuerhormon für die Körperfettregulation, kann man sagen. Und das können wir eben tatsächlich durch eine kohlenhydratreichere Ernährung, die wir eben in diesen zwei Tagen befolgen sollten, auf jeden Fall auch fördern. So, wie sollte man ein Refeed erstmal aufbauen? Also es gibt auch so Kurzzeit-Refeed-Strategien, wo man nur zwei Mahlzeiten sehr kohlenhydratreich gestaltet oder einen Tag. Ich kann euch eines sagen, laut der Datenlage sieht es tatsächlich so aus, dass man eigentlich ein Refeed mindestens über zwei Tage durchführen sollte. Und hier im besten Falle natürlich auch das Ganze so gestaltet, dass man den Kohlenhydratanteil ganz bewusst nach oben kurbelt. Das heißt insgesamt die Kalorien auf, ja, Erhalt setzt. Also das ist so eigentlich eine wichtige Grundvoraussetzung. Man sollte aus dem Defizit rausgehen, mindestens auf Erhalt gehen und die Kalorien eben so verteilen, dass man den Proteinanteil zum Beispiel etwas runtersetzt zugunsten der Kohlenhydrate. Also wenn ihr zum Beispiel in der Diät, so wie ich es häufig empfehle, ungefähr auf 2,5 Gramm Protein geht, dann würde ich an einem Refeed-Tag runtergehen auf anderthalb bis maximal zwei Gramm. Dafür eben mehr Kohlenhydrate konsumieren und auch den Fettanteil würde ich über diese zwei Tage etwas runterschrauben. Also so eine gute Orientierung sind so 35 bis maximal 40 Gramm Fett. Ob Mann oder Frau, das wird in diesen zwei Tagen erstmal nicht viel ausmachen und auch diese Kalorien würde ich dann wiederum in die Kohlenhydrate investieren. Kann man auch in einen Überschuss gehen an einem Refeed-Day, auch das kann man machen. Ich würde es sogar tatsächlich empfehlen in gewissen Situationen, wie zum Beispiel, wenn man sehr, sehr niedrig mit dem Körperfettanteil ist. Also wenn man schon unter 10% Körperfett ist, macht es zum Beispiel auch durchaus Sinn, vielleicht mal so einen Überschuss zu gehen von 250 bis 300 Kalorien oder vielleicht so 10% Überschuss für diese zwei Tage. Einfach deswegen, weil umso niedriger der Körperfettanteil ist, desto mehr Kalorien, desto mehr Kohlenhydrate müssen auch zugeführt werden, um wirklich diese hormonellen Anpassungsreaktionen rückgängig zu machen. Von dem her das einfach mal so als kleiner Einstieg. Wann sollte man ein Refeed-Day einlegen? Denn ich glaube, das ist so die zentrale Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen? Das kann man so genau nicht sagen. Es gibt auch hier nur Orientierungswerte. Man sagt zum Beispiel auch hier unter 10% oder bis 10% kann man das sogar mehrmals die Woche machen. Also dass man drei Tage Diät macht und dann eben ein bis zwei Tage Refeed. Wenn man so zwischen 15 bis 20% liegt, kann man sagen ein bis zwei Mal im Monat und alles was drüber geht, einmal im Monat reicht da eigentlich aus. Also umso höher der KFA ist, desto weniger häufig braucht man eigentlich Refeeds. Hängt aber auch insgesamt natürlich ab von der Ernährungsform. Befolgt man jetzt eine Low-Carb-Ernährung oder eine High-Carb-Ernährung, wobei eine Diät fast nie High-Carb ist, also zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt. Vor allen Dingen vom Wohlfühlfaktor mache ich es abhängig. Also wenn man sich sehr lethargisch fühlt, wenn man merkt, die Trainingsmotivation fehlt, die Trainingsperformance ist so ein bisschen im Keller, dann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, so ein Refeed einzulegen. Ich würde es tatsächlich strategisch machen und das im Voraus auch planen. Es hat halt wirklich auch einen psychologischen Effekt, neben diesen physiologischen Effekten, nämlich, dass man einfach auch mal an diesen zwei Tagen wieder etwas mehr essen kann, sich vielleicht auch mal gewisse Dinge genehmigen kann, die man vorher nicht gegessen hat. Und auch das kann natürlich einfach für die Langzeitmotivation extrem wichtig sein. Man sollte natürlich darauf aufpassen, was man ist. Denn ein Refeed-Day ist kein Tag oder keine Tage, an denen man zügellos essen sollte, sondern auch die Lebensmittelauswahl spielt hier eine Rolle, wie effektiv der Refeed abläuft und wie gut, wie effektiv eure Hormone dann angekurbelt werden. Denn man sollte hier zum Beispiel auch primär auf stärkehaltige Kohlenhydrate zurückgreifen. Klassiker hier sind Reis, ein Stück weit auch Nudeln, Kartoffeln. Ich habe auch ganz gerne Haferflocken mal mit drin. Das sind so die typischen Refeed-Lebensmittel, worauf ich halt eher verzichten würde, wenn jetzt so Dinge wie zum Beispiel Kuchen, Donuts, stark frittierte Sachen, alles Dinge, die nicht unbedingt die Kohlenhydrate liefern, die ihr wollt, die vor allen Dingen aber auch sehr viele Kalorien, sehr viel Fett liefern, was ihr auch an solchen Tagen eher nicht haben wollt. Und ich würde halt grundsätzlich auch darauf achten, auf Lebensmittel zurückzugreifen, die ihr auch sonst in der Diät konsumiert und jetzt nicht großartig rum experimentieren, weil der Verdauungstrakt dann häufig auch so einen Strich durch die Rechnung macht. Das habe ich auch zum Beispiel erfahren, dass man sich so auf den Refeed-Day gefreut hat und dann plötzlich halt Dinge gegessen hat, die man in der Diät gar nicht so gegessen hat und plötzlich gemerkt hat, okay, mein Verdauungstrakt erkennt diese Lebensmittel erstmal so gar nicht wieder und hat dann darauf reagiert mit einem starken Unwohlsein, Blähbauch etc. Also da achtet einfach so ein bisschen drauf, dass ihr vielleicht einfach nur mehr von dem esst, was ihr während der Diät esst. Also so handhab ich das mit möglichst sauberen Refeeds. Und ich merke da halt auch wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt auf alle Faktoren, die mir wichtig sind, sei es das Wohlbefinden. Ich habe dann häufig sogar am nächsten Tag und ja, sogar zwei, drei Tage danach einen richtig guten Trainings-Performance-Boost, einfach weil meine Glykogenspeicher wieder gefüllt sind, die Kohlenhydrat-Speicher sind voll, ich habe wieder Power im Training. Ich habe sogar häufig eine Gewichtsabnahme danach, weil Cortisol natürlich auch reduziert wird durch die Kohlenhydrat-Zufuhr, was wiederum dafür sorgt, dass eben Wasser aus dem Körper ausgeschüttet wird. Also Cortisol ist ja ein Stresshormon. Und ja, das sind so die Benefits, die ich einfach aus dem Refeed für mich mitnehmen möchte. Fructose vielleicht an der Stelle, also ihr könnt ruhig weiterhin eure ein bis zwei Portionen Obst mit drin behalten. Ich würde jetzt aber nicht zu viele fruktosehaltige Lebensmittel konsumieren, weil Fructose keinen wirklichen Effekt hat, also zum einen auf die Glykogenspeicher-Auffüllung, aber auch nicht auf Leptin. Deswegen hier auch ein bisschen begrenzen und ich würde auch zum Beispiel beim Gemüsekonsum darauf achten, dass man jetzt nicht exzessive viel Gemüse konsumiert, einfach um den Verdauungsapparat nicht noch zusätzlich zu belasten, durch ein entsprechendes Volumen, durch zu viele Ballaststoffe etc. Also ja, das so eigentlich erstmal ein paar wichtige Infos für euch, die ihr als guten Leitfaden mitnehmen könnt. Weiterhin wird dann auch häufig die Frage gestellt, sollte ich denn an einem Refeed-Day, sollte ich da ein Rest-Day machen oder sollte ich trainieren gehen? Also da gibt es so zwei unterschiedliche Blickwinkel. Blickwinkel 1 wäre zu sagen, man legt eine Trainingseinheit ein, weil dadurch natürlich nochmal die Insulinsensitivität gesteigert wird und dementsprechend auch die Kohlenhydrate noch besser in die Muskulatur eingelagert werden. Ich bin da selbst auch ein großer Freund davon, würde aber dann darauf achten, keine zu intensive Trainingseinheit zu machen und auch das als eine Art aktive Regeneration sehen. Also ich mache es da meistens so, dass ich so ein Ganzkörpertraining durchziehe, eher im höheren Wiederholungsbereich und nicht zu intensiv. Tut mir immer ganz gut und das quasi vor meiner ersten Refeed-Mahlzeit und das auch an beiden Tagen. Und dann der zweite Blickwinkel wäre zu sagen, nee, man macht halt wirklich einen kompletten Rest-Day, dass man den Körper auch mal so erholen lässt, ihm kompletten Ruhe gönnt, einfach mal ein paar mehr Kalorien isst, weil man darf nicht vergessen, Training verbraucht natürlich auch Kalorien, was man dann wiederum mehr essen müsste. So kann man halt sagen, okay, man geht halt wirklich auf Erhalt, man gönnt dem Körper Ruhe und lässt einfach mal die ganzen Nährstoffe auch irgendwo ankommen und verarbeiten. Ja, auch so das Thema Heißhunger ist definitiv ein Faktor am Refeed-Day, weil es gibt natürlich auch hier eine gewisse Chance, aber auch ein Risiko. Bei mir sorgt es tatsächlich dafür, dass mein Heißhunger reduziert wird, weil ich ja einfach auch etwas habe, auf das ich mich freuen kann. An sich achte ich jetzt nicht unbedingt drauf, großartig zu verzichten, aber für viele bedeutet eine Diät irgendwo auch Verzicht durch weniger Essen. Und da kann es halt auch passieren, dass an einem Refeed-Day häufig so der Damm bricht, sage ich mal, und man so einen Binge-Anfall hat oder plötzlich doch zügelloser ist, als es eigentlich geplant war. Von dem her würde ich euch auch anraten, an einem Refeed-Day Kalorien zu zählen, euch wirklich auch die Kalorien festzulegen, die Makronährstoffe entsprechend zu verteilen, um das Ganze etwas kontrollierter ablaufen zu lassen. Ich hoffe, dass euch diese Informationen soweit geholfen haben. Ich werde das Ganze versuchen, mit vielen Einblendungen nochmal etwas zu verdeutlichen für euch, aber damit habt ihr eigentlich so alle wichtigen Infos an die Hand bekommen, die ihr benötigt, um eure Diät noch etwas motivierter, erfolgreicher durchzuziehen. Und freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback in den Kommentaren. Bedanke mich für euer Zuschauen und nicht vergessen, Däumchen da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer Kamini.